das ist ja oder heißt einfach mal schnell aufgeschnitten gleich so gehört sich das so gehört 22 ja ich will hier hoch jemand es wird immer es ist der ist weg ganz in der Nähe hier ist das die Luftabwehr hat den Leitoffizier erwischt ich will nicht die ganze Zeit rumstehen mit dem Messer in der Hand C4 anbringen oder was sieht schon fast aus rein damit ich will da hoch ich will da hoch lass mich hoch ich will nicht deine Eier ich will einfach da durch jetzt schlafen schlafen so oh ja da kann man schon die Wunde gut achten sieht auch sehr schön aus hier ebenfalls ach der isst gerade ja normalerweise soll man einen Mann ja nicht beim Essen stören aber egal dann alles klar ja jump ah C4 platzieren bürtchen 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 ah woods vorsicht ladungen sind scharf und bereit hier jetzt wieso kann ich keine Türen aufmachen hühner was mit dem Zünder ups ein bisschen zu früh egal sterbt ihr Mistkerne sterbt er ist tot na los Mason wir haben alles sicher Bewegung los das ist ein Gegner was macht er denn da ja ist gut Kontakt auf dem Dach Mason ausschalten erst dann muss ich für meine Sicherheit kommen jetzt sind sie alle fertig sterben Flupflop voraus eine Granate in das Schlupflop schade 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 alter ich treffe das Loch nicht jetzt 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 habe ich getrunken verstärken sie Whisky was 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 schade schade ein ist das schade 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 und schade Kentucky, ich will mein Hühnchen, wo schießen eigentlich, da geht Action ab, ja, Hubschrubber, ja, anstatt den Hubschrauber abzuschießen mit einer Bazooka, man lauft einen Menschen drauf, ja, ich soll voraus, dann lasse ich mich noch mal vorne, Alter, schieß den Typen noch da oben ab, Alter, haben wir irgendwas hier drin, sieht nicht so aus, oh, es kommt Leute, kann man Granate rein und bumm, Zwifti, komm her, wo ist der Wern, wo ist Zwift, ich hänge in der Luft, ich hänge in der Luft, ach, der war schon drin oder was, okay, mach es halt aus, oh, das ist noch, loslauf, was soll mit mir sein, hm, keine Ahnung was er meint, Scheiße, der ist tot, Kommunikation abgebrochen, gratis, deswegen heißt es ja wohl Rattenloch, muss ich sagen, Alter, Alter, hab ich keine andere Waffe, Mann, Scheiße, hör auf so zu schreien, hilft mir nicht viel, Alter, wie das Blut fliegt, äh, Alter, oh, lassen auf, wo ist Ihr Freund Zwift, tot, warum hab ich keine andere Waffe, Mann, ist doch Scheiße, oh, Füße, Füße, wir sind auf der richtigen Fährte, ist das, ein Arm, wir, helfen Sie mir mal, er ist schon voll reingestürmt, ja, vorsicht, ich höre den Feind, so, ja, nice kill, my friend, nice kill, hey, wieso kann ich hier nicht aufrecht stehen, sie sind dran, ich folge ihnen, na dann, oh, oh, tot, hm, wo lang jetzt, würde der immer kommen, arm, ach, das sollte ich gehen, Alter, was ist denn das für ein Teil, alter, es ist eine richtig schöne Waffe, wenn sie schon richtige Hände, Arme und Beine abknallt, Alter, vertrauen sie ihren Instinkten, messen, der Arm ist ab, wie immer, ja, ja, es tut weh, ich weiß, verdammte Scheiße, gute Aussage, bam, an, was haben wir denn hier alle, das ist eine Karte, Monitor, Tja, tja, oh, verdammt, oh, das hört sich nicht gut an, da gehts rein, oh, das sieht ja, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uh, verdammt. Komm lass ich raus! Ah, da gehts tief runter. Da gehts tief runter. Ich würd sagen da ist sie! Jump Na, nächste Mission geschafft Sehr gut Sind wir immer wieder hier, oder? Ja Reznov sagte, die hätten mehr Leute getötet, als ich zählen kann Na sowas Aber von ihm haben wir die Akte überklagt Er führte uns zu Nova 6 Reznov ist nicht der, wird jetzt ihn halten Nein, er ist mein Freund Er half mir zu fliehen Betrogen Vergessen, verlassen Alle Brüder Vergessen Sie Ressnov Sieht sehr gut aus, Alter Zahlen Ungut Uncool Das ist scheiße Will ich nicht Auf geht's Auf geht's zur nächsten Mission Oh Ich musste ihn töten Verstehen Sie? Na cool Ich muss sie alle töten Lauf Sie waren Flussauberst auf dem Bekom nach Lars unterwegs Jason hat sie kontaktiert Mein Kontakt Hartz Der CIA schoss ein Frachtflugzeug an Das Nova 6 Ich ging in Laos runter. Unser SOG-Team ging rein. Was ist passiert? Ich höre ständig Zahlen. Das ist passiert. Gleich, da geht's. Ja, ja. 11. Februar 1968. Wir sollten irgendwie vor den Sowjets beim Nova 6 sein. Das wäre gut. Ja, das wäre sehr gut. Gut, dann mal los. Ich würde sagen, nein. Es geht noch nicht los, denn hier beende ich die Aufnahme. Wieder mal vielleicht so eine Stunde gespielt. Oder so. Ja. Eine Stunde ungefähr und... Ja, jetzt kommt der übliche Scheiß. Guckt euch die Facebook-Seite an. Guckt euch die anderen Videos an, die eigentlich ganz gut sind. Das andere Call of Duty Modern Warfare von Jan ist, finde ich, persönlich gut. Und LOL, Slender, Doomd und so weiter und so fort. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt ein Like und Sub, wenn ihr wollt. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann Dislike und kein Sub. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.